So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Einblick in die Call of Duty Black Ops 6 Beta, die wir jetzt zusammen mit Franzi jetzt hier hoffentlich erleben dürfen. Na, wie geht's, YouTube? Hallo, da redet jemand in-game. Ja, wie mache ich das aus? Ja, wie mache ich das aus? Oh Gott, ihr seid übrigens auch ein bisschen dabei, wie wir hier leiden. Das ist ein bisschen schiant, das Idee. Ja, wie mache ich das aus? Oh Gott! Ich kasse ein bisschen. Out! Oh. Oh. Okay. Okay. Der wollte auch in die YouTube-Aufnahme, der wollte auch sagen, hallo YouTube. Der wollte auch mal was sagen. So. Okay. Ja, also, bevor dieses Video hier gestartet ist, hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem Game. Aber jetzt scheinen wir ja reinzukommen. Manchmal kommt man... Hörst du mich da? Ich bin da, hörst du mich? Hallo? Ich hör dich. Ja, geil, Alter. Okay. Okay. Ich wechsle erst mal nix. Okay, lass kommen. Oh Gott, meine Sensitivität ist ein bisschen niedrig. Ah! Was ist das hier? Musste ich hier auf sechs stellen? Sechs. Wo sind die Gegner? Da oben. Wir haben einen gefunden. Ich kann dich auf sechs stellen. Sechs. Wo sind die Gegner? Da oben. Wir haben einen gefunden. Okay, das ist alles crazy. Ich hab einen Gegner. Ich auch, ich auch, ich auch. Geil, Alter. Erster Kill. Bei mir auch. Let's go. Bei Black Ops sechs. Mama. Oh, Alter. Swandy. Noch einen. Sehr gut, Franzi. Macht sie alle. Oh. Hab noch einen. Ich bin ein bisschen krass gerade. Hab noch einen. Ah! Sehr gut, Franzi. Sehr gut, Franzi. Oh, ich hab noch einen. Aber ich bin, ich bin krass gewesen. Okay, let's go. Ah! Hinter mir! Da waren Gegner, glaub ich. Hä? Nicht der da? Ach, das ist fein! Oh mein Gott. Hab mich gerecht. Warum hab ich schon wieder so eine verschwommene Kacksicht? Beweigungsumschlag. Alter, ich bin eine Maschine in Black Ops, ne? Chat, seht ihr das? Double kill. Hilfe! Ich hab ne Drohne. Müssen wir eigentlich irgendwas machen? Ja, die Gegner töten. Nur töten die, ne? Verteidigung. Da, guck mal. Der ist so ein Platz. Defending. Wir sind wie diese Leute, die nie das machen, was die machen sollen, sondern nur auf Kills gehen, über die Ellie sich immer aufregt. Aha! Oh nein, der hat mich. Scheiße. Zwei Leute in den Defend-Punkt. Okay. Shit! Also, man kann sehr schön rumrutschen. Ja. Wo ist der? Oh, ich denk, ich weiß immer nie, ob die da liegen oder ob das Tote sind. Ach, ich hab nicht... Ah! Oh shit, okay, jetzt ist meine, meine Dings vorbei. Ich hab die UI noch gar nicht verstanden. Alter, wie der wegfliegt. Nein! Oh, was war das denn? Ich hab aus Versehen noch fliegt. Ich bin mit der Tänzer nicht ganz zufrieden. Die ist irgendwie anders als sonst. Im Gang. Ich find generell, das AIM ist ein bisschen anders als bei einem normalen Band. Ja, ne? Also, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an. Oh shit, wie viel Kills hab ich eigentlich. Wichtig, wichtig. Ey, die haben auf mich gewartet, die Schweine. Headshot! Oh nein! Also ich finde die grundsätzlich eigentlich gut. Ich finde die ganz nice bisher. Alter, was? Ja. Die ist auch nicht zu groß. Die Größe finde ich das Layout und die Größe finde ich sehr gut. Ja, genau. Es passt halt sehr gut. Ach, ich wurde gedingst. Gedingst wurde ich. Okay, ich habe eine Sache. Da liegt einer. Aufklärungsdrohne. Aufklärungspuls heißt es hier. Das Ziel ist so weird. Der sitzt da in der Ecke. Wir müssen zu diesem Punkt, aber irgendwie macht das keiner. Das ist wieder typisch zu den. Ich muss erst mal meine Steuerung hier richtig einstellen. Nee, ich meine nicht dich damit. Ich meine auch die anderen. Ja, aber das müssen vielleicht mehrere Leute machen. Alle außer die Gegner anscheinend. Alter. Okay, aber macht ein bisschen Spaß. Ja. Es macht extrem Bock. Sich da also reinzufuchsen und zu gucken, wie was geht. Wir haben Level 3, Alter. Let's go, Headshot. Let's go, Headshot. Let's go. Let's go, Headshot. Oh, das sind zwei und der eine ist sehr low. Ich habe ihn. Schön, 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 schön. Ah! Hab ihn. Habt ihr schon gespielt? Findet ihr das Spiel gut? Warum kann ich nicht rennen? Lol. Ich nehme es ein. Nice. Doch nicht. Bin tot. Ich nehme es ein. Doch nicht. Bin tot. Time to kill, finde ich auch okay. Ah! Alter! Oh mein Gott, ich bin krass. Du bist krass. Ich bin krass. Ich bin nicht so krass. Bin gerade ein bisschen krass. Bin ich krass? Nee. Ich habe es angenommen. Schön. Die sind krass. Ich habe immer Angst, dass sie mich abschießen. Ach so. Ich war mit diesen Raketen halt. Was ist denn Aussagen, Alter? Ich habe Angst zu sterben. 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 Grenade. Oh nein. Wow. Ich habe ihn. Ach, der legt sich hin. Der Schweinemann. Ja, es gibt hier glaube ich wieder Duck Jump. Ja, es gibt Dolphin Jump. Dolphin Jump. Gibt es, ja. Habe ich schon gemacht gerade. Wie geht denn nochmal? Äh, im Rennen Steuerung. Bei mir. Was? Im Rennen Steuerung. Da rutscht man doch. Ne, bei mir macht er dann diesen Dolphin Jump nach vorne aufm Bauch. Die Küche. Ach, von zwei Seiten. Da liegt er! Jaja, COD, hallo. Hallo. Was? Okay. Der sitzt da hinten einfach. Wie benutze ich eigentlich meine Granate? Auf G nicht, ne? Was denn? Granate? Ähm, ne. Okay. Ich habe auch eben aus Versehen eine geworfen. Der Dolphin jumpt in den Pool! Lol. Das war nicht lustig. Oh. Wow. Okay, also es passiert noch ein bisschen zu viel, als dass ich checken würde, was passiert genau, aber... Oh, fuck. Q und E. Ah, okay. Ah ja. Mhm. Perfekt. Ich weiß, ich habe gerade den Puls aktiviert als... Wo ist der? Das ist jetzt gestört haben. Lol. Ich habe ihn nicht gesehen, weil er im Pool war. Das hat sich versteckt. Hinter uns. Oh Gott. Oh, lol. Hallo, Mike. Was geht? Endlich, Franzi, ein COD. Ja, Mann. Es macht aber auch echt Bock, muss ich gerade sagen. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass er... Unser Kumpel, ein Heli? Oh, lol. Gibt's ja auch, ne? Können schlimmer sein, ne? Die Gegner können auch einen haben. Ach, der markiert den Auto. Danke. Okay, scheiße. Es macht Spaß. Der liegt da. Ja, genau. Guck mal. Wo ist der? Wo ist der? Schon wieder so ein Leaderboard ohne Kills drauf. Also wirklich. Müssen wir das... Also... Ja, müssen wir anscheinend. Nein. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass die Beta-Shock jetzt klappt. Das macht gerade echt Bock. Ja, ne? Das wäre ein geiles Baller-Wochenendspiel gewesen. Kommen wir morgen mit dem Game an. Ich bin schlecht. Ne, ich bin krass. Ne, ich bin schlecht. Ah, fuck. Scheiße. Na, kam nur noch einer. Oh, ist man made? Oh, das ist so. Ah, scheiße. Vielleicht müssen wir noch mal ins Training reingehen, um zu gucken. Ich brauche kein Training. Movementsachen gehen und so. Finde ich Waffe ganz gut. Was ist das für eine Waffe? Ja, das ist für eine四分ge respiratory zu machen. Na, da heißt das zu 3 Partys gelegen. Oh, ey. Na, in doch. Aber ich soll nur die Antiskuss Caitlin hierherd dansen. Also das Gerät jetzt nicht die erste alte, die Haut, blöken kann ich. Es ist eine 직athema. Oh, du bist doch gl舞 väl Baseball. Oh ja, ich bin hier zu deny. Heaven, wo ja unavoidенной. 빠�ere, das ist ganz klar. Und dann, wo ja... Dann fliegt Jin dangerous. Victory. Süß. Süß. So, wer war Spieler des Tages? Ich wahrscheinlich, ne? Komm. Es ist ein Reinkommer. Es war ein Reinkommer. Wie? Ach, als Opie. Was hat er gemacht? Gar nichts hat er gemacht. Das war's? Ne. Da hatte ich aber... Oh, 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 okay. Ja, komm, so ein Triple-Kill oder was? Ja, klar, okay. Ich habe mich getötet, ja. Aber guck, ich bin dritter. Das sei nicht schlecht, Franzi, nicht schlecht. Ich bin auf dem Treppchen, ich bin auf dem Treppchen. Also fand ich jetzt super spannend. Ja. Für so die erste Runde. Ja. Ähm, machen wir jetzt schon das Video aus? Ach, das ist halt jetzt zwölf Minuten, ne? Machen wir noch eine hinterher, ne? Ja. Na klar. Na klar. Was hier so passiert, alles? Jawoll, Level 3. Ah, das fickst an, ne? Das fickst schon ja anscheinend. Das macht Gott. Jackal. PDW heißt die Waffe. Mhm. Waffenwerte. XM4. Also die Waffennamen wurden ja schon länger nicht mehr übernommen, ne? Die echten. Ja. Weil Call of Duty war so teuer. Okay. Bleiben wir hier einfach drinnen und sind, ja warten, ne? Dann sind wir gleich wieder... Ich denke, ja, ja, das... Ach ja, jetzt hier kann man... Ah ja, lädt schon, lädt schon, lädt schon. Wunderbar, wunderbar. Nur nicht nochmal die gleiche Map. Die nächste Beta ist schon wieder dieses Wochenende. Ach echt? Ja, die offene. Die offene. Jetzt ist geschlossen. Ja, dann ist ja aber auch easy. Also jetzt so eine Punkteserie freispielen, das wäre schon nicht schlecht, Franzi. Mhm. Ich habe zumindest immer meine Droner, aber sonst halt nix. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Doch, was gibt's noch? Was gibt's noch? Jetzt gibt's schicke Operators. Ich freue mich auf den Zombie-Modus da. Dann müssen wir mit Dalu rein, eigentlich. Haha. Oh ja. Mhm, mhm, mhm. Fast forward. Fast forward. Okay. Okay, also die zweite Aufklärung ist... Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Doch, Verstrecke, also es war doch die... Standard? Kann das sein? Ne, ne, Jakar habe ich jetzt auch mal genommen hier. So. So, wo müssen wir denn hin? Kill, da hinten? Oh, hinten steht. Ich hab ein extra Schild oder was? Oh, hinter mir. Shit. Okay. Hä? Was ist denn das für'n Modus? Keine Ahnung. Aus, mein Mate. Hupsi. Wahrscheinlich haben die halt... War auch nur gedaunt. Hä? Okay, ja, scheiße. Super weird. Ja, super weird. Ja, okay. Haha. Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Okay, die Waffe ist... Geil, ich hab'n Kill. Jetzt geht's los. Nein! Oh, lol. Die können da einfach campen die ganze Zeit. Oh, meine Tür ist auf. Mach' mal zu. Kann ich halt nicht. Ja, da wollte er sich grad hinlegen. Ähm. Keine Ahnung. Ja, okay. Und da ist schon ein Heli. Lol. Jetzt schon. Ja, toll. Ja, toll. Also, was lieben wir an Call of Duty? Helis nach zwei Sekunden. Ah! Okay, also nur der Hauptdude wird gedown, wenn er gekillt wird. Der war ich nämlich eben. Ja. Warum fällt der nicht um? Boah, Sniper dahinten. Der ist ja live, oder? Ich raff' das nicht. Ich bin auch noch nicht so drinnen gerade. Ich will auch diesen Modus auf gar keinen Fall spielen. Ist ja ganz furchtbar. Ach, mit Q kann man sich auch heilen. Okay. Dann hast du das Stim. Das kannst du auswählen. Das gibt's neben Call of Duty. Schnell heilen. Kennst du das nicht? Hab' ich vergessen. Das ist geil. Also nimm' ich sogar manchmal in manchen Loadouts. Ich hab' ne andere Waffe aus so gemacht gewählt. Ich weiß nicht, ob ich sie so gut finde. Hab' den, äh, den, 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 den Killing. Ich hab' den gefinisht auch. Ich muss nachladen. Ich geh' schützen. Nein. Sag' mal. Oh, jetzt war ich der Mensch. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, jetzt bin ich tot. Ich hab' den nicht mitbekommen, dass ich der Meister jetzt war. Mhm. Ah, okay. Okay. Ja, den Modus find' ich nicht so. Bisher. Ach schon. Aber die Map gefällt mir auch noch nicht so. Also grundsätzlich find' ich ganz interessant, aber... Der Modus macht mich halt fertig. Ich bin mal ein bisschen leiser. Ja, ich will mal auf E-Granaten werfen. Äh, auf Geh. Da hab' ich mal zwei Kills geholt. Ach, der will ich ja mit seiner Sniper. Maurizio. Höh. Alter. Sie sind überall. Hehehe. Mein Chat ist alles viel zu schnell. Ah, shit. Der hat ne Shotgun. Das ist hier, glaub' ich, gar nicht mal so schlecht auf der Map. Nee. Wo ist denn der? Ah, okay. Der ist hinter uns. Die Miss-Sniper auch schon wieder, ne? Auf dem Parkplatz da. Hä? Ist das... Ach, der ist hier! Irgendwas hinter mir? Okay. Oh. 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 Da liegt einer! Shit. Ja, bis man erstmal wieder die Aufsätze hat mit schneller Nachladen und so, ne? Oh, oh. Shit. Alter, fuck. Leute, warum ist alles so schräg gerade? Hehehe. Plötzlich war die Welt bei mir dann schlägt. Da ist manchmal alles schräg. Ja. Voll schief plötzlich. Alter, da wartet der da! Und es gibt schon wieder Minen, wo man rüber laufen kann. Toll! Toll! Ah, die stehen da im Crossfire, die beiden. Ich weiß nicht, was das ist, Stocki. Weißt du, was Tenery Boost ist? Äh, nee. Ich probiere jetzt die Shotgun. Ja. Der dann... Die macht nichts! Die Shotgun! Und man geht 20 Minuten nach! Nach jedem Schuss. Oh nein, hinter mir! Hä? Achso. Oh, nein. Das wär mein Mate. Ah, shit. Ja, weiß ich nicht. Der Modus ist weird. Ja, den find ich auch nicht so gut. Kann der jetzt eins? Aber trotzdem ist der Modus auch weird. Ja. Und das ist nicht das letzte, sondern immer das krasseste, oder? Find ich aber besser auch. Ja. Ja, ja, definitiv. Ja, spannend aber, ne? Ja. Geile Sache. Macht Laune, reinzukommen. Jetzt natürlich, ab Level 4 kann man die Waffen einstellen. Der Skin ist ja krass. Der Modus und die Map sind die schlechtesten meiner Meinung nach. Ja, die Map fand ich jetzt auch nicht so nice, aber das kommt vielleicht auch drauf an. Ja, auf jeden Fall sagen wir den Leuten mal Danke fürs Zuschauen, ja, in dieser Folge. Ja, dankeschön. Die ganz überraschend kam jetzt zum Call of Duty Beta. Jetzt am nächsten Wochenende, am kommenden Wochenende kommt jetzt nochmal eine offene Beta anscheinend. Ja. Und da spielen wir auch noch ein bisschen, glaube ich. Tschüss YouTube. Auf jeden Fall. Tschüss YouTubes.